Pah 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 Jetzt geht's auf Wir brauchen Sie, um zu investigieren und zu erfüllen, deren Sinn zu finden. Extra-Missionen bedeutet extra-Pay. Nur so lange, dass Ihr Ladyship das erinnert. Die hat er kaputtgemacht. Deswegen hat das Reden aufgehört. Ja, was soll man sagen? Warum sind wir jetzt eigentlich wieder da in dem Spiel dran? Und warum auf dieser komischen Insel? Ja, weil wir uns das Bundle gegönnt haben. Man hat uns quasi zurückgerufen. Da gibt es noch was, was uns helfen kann gegen die See-Teki. Die Biff-Teki. Ja, genau. Die griechische Göttin Biff-Teki. Auf gut Deutsch, ich habe irgendwas vergessen zum Umbringen. Da haben wir schon wieder unsere Freunde. Matrix, hat jetzt Dein Kawasaki eigentlich ein Schwert? Nein. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Das ist ja mau. Und wo kann ich in die Granaten? Was waren das, wie du vertasten? Äh, Shift, Shift, Shift. Shift war das. Ja. Ah, okay. Achtung. Ja, hat funktioniert. Ja, hat funktioniert. Da ist ein Katz übrigens, gell? Da ist ein Katz. Da ist ein Katz. Ja, ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Ah nein, das war ein Skarabeus. Da, wo ich hinschüsse. Ein Skarabeus. Also jetzt nicht auf dem sein Kopf habe, ich muss den leider erst töten. Da hinten. Wo hinten? Da, 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 da. Wo du hinschüsst. Ich glaube, ich habe die da schon. Mir fällt, ähm, der Geschichte, äh, ein Tagesbericht, äh. Ein Tagesbericht. Whatever, Geschichte, äh. Nein, jetzt willst du wieder laufen. Ach so, da hinten steht's. Ja. Jetzt willst du wieder laufen, aber das gibt's ja da nicht. Ich schmeiße wieder Granaten aneinander. Ich habe Aufnahme gedruckt, oder? Ja, ich habe Aufnahme gedruckt. Ja, es kann schon mal viel gehen in meinem Alter, wenn man sowas vergisst. Kann schon was löst am Strand. Aber die liegen wahrscheinlich schon länger da am Strand rum beim Sonnen, die sind schon ein bisschen ausgetiert. Ja, so dunkel wird die Hand. Die ganzen Terroristen. Terroristen? Warte, pass auf! Warte, warte, warte. Ich habe es doch gewusst. Ja, aber da meint es noch nicht. Aua! So wie ich ihn übersehen. Ob ich ihn ja kaut. Ja, genau, der hat ihn ja auch gekaut. Schlimmer Finger. Schlimmer Finger. Ja, genau, der hat ihn ja auch gekaut. Schlimmer Finger. 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 So. Immer nur das Lootauge ein bisschen aufhalten. Jetzt will sie wieder laufen, aber es gibt ja keinen Laufen. Mann, meck das ist das. Brauche ich dir wieder mit Granaten um sich. Ja, ja, ich schmeiße wieder mit Granaten um mich. Ist da irgendwo eine Katze, oder sonstwas? Jetzt will der gerade laufen, keine Granaten. Hehehe. Aber da gibt's kein Laufen. Leid, merkt euch das? Da gibt's kein Laufen. Doch, wenn man drauf bleibt. Ja, er läuft automatisch schneller. Wird schneller, aber ein wenig Laufen tut er nicht. Doch, bei mir schon. Ja, ja. Wenn du länger drauf bleibst, gibt's da schon Gas. Da gibt's Mund, genau. Da gibt's Geld. Haha, meins. Oh, da sind's gar der Ben, aufpassen. Ich hasse, du wurdest besiegt. Au, 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 au. Wow, 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 das war sehr, sehr knapp, wenn ich da unten links meinen Lebensbalken anschaue. Schau mal, ich schau mal, wo der da liegt. Wow, 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 da sind ja nur ein Haufen Skatbären. Ja, da kannst du gleich schauen, ich liege irgendwo. Ja, ich bin in einem Sarkofaktor. Muss erstmal da wieder ein Abgang hin. Ja. Wo denn der? Oh, runter. Oh, da gab's runter. Come on, let me out. Come on. Ja, weil sie ihr so weit weggelegt ist. Ja, Entschuldigung. Wir haben sie uns nicht rausgesucht. Nee, nee, nee. Da muss erst mal hinkommen, wenn man sie wieder aufwegt. Was ist das? Da liegt's. Wir brauchen eine Helping Hand. Komm ich da überhaupt hin? Da hinkt du aus dem Nachbarn einen Sarkofag. Habe ich dir. Habe ich dir. Hast du auch ein Einzelzimmerreserviert? Ja, ja. Eine Schlafkammer hat's geheißen. Das ist eine Katze gehört. Das hat eine Katze gehört. Du sollst uns retten. Jetzt geht ihr doch ins Tierheim. Du sollst mit deinem Finger auf der Flirtaste drücken. Ja aber ich komm eh im Moment jetzt hier. Das ist ein bisschen warten. Äh, warte. Hör mal. Ich schau dir grad dazu. Ich bin schon arme gelaufen. Das ist da hintenrum geht's auch nicht. das muss jetzt auch irgendwo vorn machen. Looten, wir sehen mal, was du tust. Du hast gar kein Interesse, uns zu retten. Du alter Lootgeier. Das ist doch eine Hafe. Aber keine Ahnung, wo die Katz ist. Ich hab's nicht gesehen. Hallo. Seid ihr uns so bitte mal befreien? Oh, seltsam. Hallo. Hä? Hallo. Hallo. Anyone. Hallo. Ah, nicht da. Du musst da wieder raufigrabbeln. Also ihr seht's. Es ist schwierig ausgedacht. Nein, da musst du nicht durch. Das ist der nächste Abschnitt. Was? Come on, come on. Da war ich schon oben. Also Botaniker bist du nicht, gell? Also Botaniker bist du nicht, gell? Ja, da muss... Nein, ich glaub, dass du wieder zurücklaufen musst. Ja, da wo wir hergekommen sind. Links. Ach, greifisch. Geht das? Nein, du bist jetzt... Aha. Ist ja, ich hab' geschaut, aber... Ich weiß nicht, wo zerliegt's. 156... Da, da haben wir gestorben. Da haben wir gestorben. Lauf da weg. Ah, das sind die Skarabäen. Okay. Ja, genau. Oh, oh. Das sind die ganzen Skarabäen. Links, 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 links. Grat aus, grat aus, grat aus, grat aus. Links. Da geht's aber für jemanden nicht weiter. Da haben wir hergekommen. Ich glaub, dass er erst alles nicht durchspielen muss. Nein, da ist er jetzt ziemlich weit am Anfang. Ja, sag ich doch. Ach, der fettes Merse. Eieieiei. Das ist ja ein Martyrium. Danke. Staubige Sache. Ah, da kann man nicht laufen. Merkt ihr doch das endlich. Jetzt mal schauen, ob sie da irgendwo hier eine Katze seht. Hast du die Skarabäen schon durch? Nein. Nee. Gut, weil da oben gibt es einen fetten Loot in dem Flugzeug. Ja, das müssen wir uns schon holen. Aber er hat gesagt, er hat da eine Katze gekehrt. Aber... Oder war das da da oben? Glaubt das da oben? Wahrscheinlich war es bei ihm daheim. Schauen. Nein, das war oben, wo ich es gehört habe. Genau, da irgendwo. Aber die müssen wir eigentlich helfen sehen, oder? Nein, die hörst du nur einmal. Ich bin schon wieder da. Du hast das auch nicht durch das Skarabäen geschafft. Ich habe dafür zwei von ihnen den nächsten kaputt gemacht von drei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann warte mal, bis der Hektar... Ach so. Ach so, ich meine, du wartest gleich unten an der Sarkophark. Da irgendwo muss die Katze... Willst du einen Wilden-Wild, oder? Dann suchst du die Katze dabei. Ich suche dabei die Katze. Weil Loot gibt es ja keiner mehr, den hast du ja eingesammelt. Ich weiß nicht, ob es da noch Loot gibt. Bis ich so ein Skarabäen bin ich noch nicht. Ich mag gar nicht so ein Skarabäen. Nein, er befreit mich erst. Das ist sehr, sehr nett von dir, danke. Das ist ja nicht nett. Manchmal eigentlich hat er so Anflüge von Nettigkeit. Ja. So, jetzt mag ich aber nicht mehr da. Wenn er nicht gerade irgendwo Loot zeigt, dann rettet er dich auch einmal. Ich glaube, der richtige, der mal weiter lässt. Das kommt mir auch bekannt vor. Wollte ich gerade sagen. Was? Ich habe so Gold vergessen. Der Matrix ist das erste mit dem Sammeln. Ja, der ist halt der Luca. Ja, mit ihr ständig stirbt's. Ständig. Wie macht man einen Weg frei für die? Hallo? Dass du gescheit looten kannst. Also hast du keinen Kass gesehen. Bäh. Du musst uns halt noch einmal jetzt sagen, an welcher Stelle du das gehört hast. Ich habe wie vorhin einen Hektor schon gesagt. Und mein Flugzeug irgendwo. Wer war denn da schon wieder drin? Komm hinein. Danke. Aber das Ding halt keiner aufkommt, das, was da auf dem Schrank gestanden ist. Was für ein Ding? Das habe ich jetzt schon gemacht. Nee. Na, sollen wir die lassen? Das sind ja diese, ähm, wie nennt man das? Da ist ein Tagebuch. Gut, geil. Was? Tagebuch? Da sind zwei offene Lootkisten. Gut, oder? Tagebuch? Wie ihr es hört? Ja, mir fehlt eins, aber das habe ich schon. Ach, das hast du schon. Der Lisa. Ich sehe da keine Katze, nicht. Also sagst du ganz ehrlich, ich sehe da nichts. Und bei mir hat er nichts mehr aufgehend da rumlaufen. Hast du die Katze da herumgekehrt, oder was? Nee, unten. Nein, unten da. Aber ich habe nichts gekehrt. Hm. Bist du vorher durch den Tunnel durch, oder war es vor dem Tunnel? Oh, ja da. Mal überlegen. Da irgendwo auf der Höhe, müsste das gewesen sein, ja. Da ist er denn. Da ist er. Also du bist da gestanden und du hast gemeint. Ja, was soll ich denn? Dann war es, dann ist es meistens ein bisschen dahinterhalb. Also ich habe jetzt aber keine Katze gehört. Hast du eine Katze gehört? Weil normal hört es ja jeder für sich ja auch nochmal. Achso. Vielleicht hierher falsch. Achso, warte mal, jetzt sind wir ja wieder woanders. Da sind wir reinkommen. Da sind wir reinkommen. Genau, dann war das da irgendwo. Ja? Ja, da war es die Höhe. Mhm, mhm, mhm. Ich seh da kein Mietze. Mietze, 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 Mietze. Ich seh da kein Mietze. Ich seh da, dass er uns einfach bloß beschäftigen will. Ja, ja, dass er looten kann. Ich hänge er schon wieder. Ich hänge er. Er ist so raffiniert worden. Hätte ihm nie zutraut, dass er so hinterhält. Aber da geht es auch bloß da runter. Dann geht es da weiter. Ja, genau. Das war keine Mietze. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas als Garabeus rumhängt. So, da sind drei Gewichte, aber ich seh zwei Zielscheiben bloß. Nein, das sind drei Zielscheiben. Wo ist die dritte? Ah, da hinten. Ah. Ah, schau her, da sind wir schon wieder Sarkophage. Jetzt sind wir wieder an der Koperkabane. Munition. Viva la Munition. Matrix merkt ihr, dass da vorn Sarkophage sind, gell? Hat irgendeiner so eine Heilungskram gesehen? Wo, 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 ich werde beschossen. Jetzt hat er looted, der mal Knallhart vor der Nase die Waffen weg. Was? Ja. Ich hab dir jetzt gerade aufgemacht. Was hast du aufgemacht? Oh, wart, ich mach für die auf, jetzt kannst du ja nicht holen. Oh, wart, jetzt muss ich mehr erst. Ey, früß da, früß da. Ist eh die gleiche, was ich jetzt gehoert habe. Ein sammeln, ein sammeln, ein sammeln. Irgendwo welche. Feindliche Feinde. Da noch was loshört. Da ist noch was los. Oho, what hidden delights lie under these perilous planks then. Ich schütze mal die Planken auf. Gibt's im Geheimgang. Da ist ein Heildrank. Ja, 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 Heildrank. Wer nimmt den jetzt gleich wieder? Äh, ein 5. Ah, danke. Dass du das noch nicht so weißt, das ist jetzt auch toll, dass man sich nicht verletzt. Ja, ich spiele alles vergesst. Der wird jetzt verstricheln, wie ich gespielt habe. Nein, eigentlich, äh, nicht. Ist auch noch ein Heildrank? Oder frage ich es selber. Ja, jetzt habe ich ja gar nichts gehört. Ja. Das ist da oben auf dem Schiff. Ja, sehr gut. Schaut mal, da noch irgendwo so ein Karabai, wo es rumhängt. Da noch irgendwas rumliegt, oder nicht. Der Wilderer müsste jetzt ja wissen, wenn einem bloß noch einer abgeht. Da irgendwo einer ist. Nein, mir geht kein Skarabeus ab, mir geht ein Tagebucheintrag ab. Ach so, ein Tagebuch. Oder musst du doch auch die Skarabeien wissen. Ja, aber ich weiß das nicht mehr, wo die Bank. Äh, 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 Hören wir einen Nullseiger. Hören wir einen Nullseiger. Ja. Ich höre von ehrlich zu. Ja, 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 ja. Gut, ciao, Strange Brigade. So, ruhig. So, wie war es das mit der Spezialfähigkeit? Mit der Spezialfähigkeit? Ja, wie tust du? Äh, mit der Maustaste, oder E? E. E. E, okay. Das zeigst du aber da noch, wenn es aufgeladen ist. Ja, aufgeladen ist, aber... Warte mal, da herum kann man, glaube ich, irgendwie den anderen Geheimgang aufmachen. Okay. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie. Da unten ist noch Lootkisten. Und du kannst... Wie war denn das jetzt mal? Du musst irgendwie da unten das aufmachen können. A Strange Brigade. Masters of Magic. And Birds. Hm, 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 hm. Ja, wer hat denn jetzt so den nächsten Abschnitt schon aufgemacht? Ich nicht. Ich bin unschuldig. Da drang. Da drang. Was war denn das noch mal? Du kannst den aufmachen, da liegt der. Mhm, ich weiß auch wie. Was war's? Da oben ist ein Zielschirm, zum draufschießen. Ah. Ja, genau. Irgendwas war da. Ja, ein Puzzle. Drei einfach mal. Das ist nicht dramatisch. Du musst noch... Das war's nicht. Du musst noch warten, bis die oben sind. Pass auf, die gingen von allein wieder auf. Also abwarten. Oder... gleich drüber laufen. Jetzt warten wir schon. Ich weiß nicht, wann sie wieder hochgingen. Können wir feindliche Feinde. Ja, wenn's was Wacklinger gesagt hat. Ich mach mal das nächste. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich auf der anderen Seite noch mal, oder? Und auf der linken Seite ist noch was, genau. da muss ich noch... Hier dreht. Es geht. Es geht nicht drück. Der Klavier ist cool. In den Mittlergang ist er heiltrank, wenn es war. Der Kopflose, der Klavier spielt, ist viel cool. Können wir den umschießen? Ja. Wo dann hört er auf zum Spülen? Echt? Da ist er dann tot. Jetzt hat er dann erschossen. So eine fiese Ratte. Was ist da unten? Ist da unten auch noch was? Nein, ich glaube da war nichts mehr. Du hast dann bloß allerweil ringsherum hochlaufen müssen und da sind Gegner gespawnt. Übrigens habt ihr ja einen Übersenger-Gegner. Den haben wir nicht übersengen, den haben wir da übrig gelassen. Aber Loot habt ihr schon gehalten. Ich hab's gesehen. Was für ein Loot? Ja, da stehen ja so offene Kisten rum. Das sagt der, was das meiste gut gesammelt hat. Niemals. Da werden auch Heiltränke, wenn er welche braucht. Ja. Ey, komm. Was, was, was? Ich hab neins Stückerlgut mehr. Ja, neins Stückerl. Da scheißen sie uns jetzt aber zu. Ja, da ruhen auch Heiltränke. Anscheinend können wir da jetzt Gegner. Oh ja, oh ja, 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 ja. Baut zehn Gritöme auf. Oh nein, war falsches Spiel. Ich würde erstmal, man muss in Bewegung bleiben, theoretisch, aber man kann von da hinten herum verhältnismäßig gut verteidigen, schon gleich, wenn wir jetzt zu dritt sind. Ja. Schau, da ist's. Also, da liegen ein feilfeil Heiltränke rum. Ja. Da liegt er noch. Ja, naja. Wird jetzt die Sprengfässer nicht zur Galle hochjagen? Merkt ihr euch, wo ungefähr die Heiltränke versteckt sind? Wären wir nicht brauchen, wir sind zu dritt. Können wir uns schon gut verteidigen. So, jetzt müssen wir da unten den Stein der Weisen betätigen. Den dunklen, nein, den blauen Kristall. Ja, ja, kommt's, na, kommt's, na, so viel können sie ja gar nicht sein, dass sie uns hier wird. Na, voll schön Knuddel. Okay, wir sind sehr da. Irgendwie strange, bei Geld habt ihr ja gar keine Chance nicht. Wir sind erfahrene Lootgeier. Hm. Ein schneller Camper und links. Oder lösen's vorhin aus. Grenade. Achtung, Achtung, rechts von dir. Handwerks Sprengfässer. Jawoll. Da haben die irgendwo welche, die die Granaten schmeißen. Führerteiniger. Bei Alchemisten, wo sind das? Alchis. Da kommt noch ein dicker, gell? Also hier habt ihr ein paar Sprengfässer. Ja gut, aber bei denen da oben, trifft uns die Sprengfässer eh nix. Die, die oben stecken und schießen. Die, die Granaten schmeißen. Ui, der Brutzler. Der Wiesenbrutzler. Vom Wiesenhof. Spezialfähigkeit. Wiesenbrutzler. Oh, da haben wir irgendwo Munition? Bestimmt. Oh, spawnt ihr da von meiner Nose? Hast du ja spawnt auf deiner Nose? Vor meiner Nose? Achso, vor deiner Nose. Ich meine, auf deiner Nose. Das wurde ein bisschen eng. Hinter dir. Ich muss mir ein bisschen nachkommen gehen, aber schon flinden. Äh, wo war denn das Munitionssackel? Ich hab's aber eh schon gesucht, aber ich hab's noch nicht gefunden. Halt, du hast gehört. Oh. Jetzt kommt der Schiff. Gehen wir doch irgendwo her. Der hat's ja drauf eh. Hier ist jetzt der Oberfluss. Der Mufti. Wir reden. Wir reden. Ah, wo ist er denn eigentlich? Ja, da unten steht er, der Tür nicht vor uns. Jetzt kommen da doch die Treppen auf, da. Aber, voll ins Kreuz. Aua, 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 ich stehe mittendrin, anstatt nur dabei. Aua, Achtung, Anhängsel. Aua, 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 Aua. Oua, Renaten. Aua, hier geht irgendwie Munition auf. das ist jetzt mit ihm, hast du da nützt, jetzt haupt's noch nie, jetzt haupt's noch nie, da haupt's nicht. Strange Brigade, hat er gesagt. Let's crack on then. Wurde ihm jetzt so ja nichts gebracht, dass er noch mal einverstanden ist, nachdem wir ihn ja schon mal umbracht haben, den Burschen. Wurde sie auch. Kommt immer wieder. Jaja. Der große Vorteil, wenn's schon mal dope ist, dann ist's da wurscht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020